Musik Ich heiße Swallowbesser, ich schwimme 10 Kilometer frei Wasser und bin für eure Wünschen qualifiziert. Ich fahre immer eine Langstrecke Schwimmerin, auch im Becken, ich bin immer 800 und 1500 geschwommen, aber 1500 ist leider nicht Olympia Disziplin und dann habe ich, die 10 Kilometer ist Olympia gewesen und dann habe ich gedacht, ja, warum nicht, aber ich habe probiert und das hat geklappt. Ich schwimme von 70 bis 100 Kilometern pro Woche. Ich mag warm Wasser, ja, und ja, ich muss mich bei London ein bisschen vorbereiten auf kalt Wasser, aber ich glaube, es klappt, weil das ist nicht 17 Grad, das wird, ich glaube, 20, 21 und das ist nicht so kalt, das ist nicht so schlimm. Ja, das ist ein bisschen wie ein Krieg, jedes Rennen ist, wir müssen kämpfen und das ist ganz schwer. Es gibt kein, wir können nicht vor dem Rennen sagen, ich mache so oder so, passiert immer was, das wir können nicht vorbereiten. Wenn zum Beispiel meine Brille weggehen, wegen einer anderen Schwimmerin und so, ich will so, aber ich kann nicht, ich muss nur weiter schwimmen und Ruhe bleiben. Da hast du schon mal eine Brille verloren. Ja, ja, schon viel. Ja, ja, schon viel.